Red Tower Devils bereit Mein Kommando wird lauten Auf die Plätze, fertig, zieh! Mein Kommando gilt Auf die Plätze, fertig, zieh! Gewalt, ziehen! Schienen! 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 Aus! Seid ihr bereit? Bereit? Mein Kommando wird lauten Auf die Plätze, fertig, zieh! Mein Kommando gilt Auf die Plätze, fertig, zieh! Zehn Sekunden, schön vorbei Da wehren sich die bei Surchtis-Dame mit aller Kraft gegen die Kröger-Alpinen Und hier sehen sie einen klassischen Pool wo das Seil Stück für Stück herübergezogen wird Die 30 Sekunden sind vorbei Und, aus! Entschuldigung. Anbrater bereit? Darf dann bereit? Mein Kommando wird laut sein. Auf die Plätze, fertig, zieht. Mein Kommando gilt. Auf die Plätze, fertig, zieht. Ziehen Sie Gott nicht vorüber. Und hier ein sehr, sehr spannendes Match. Jetzt wieder ein halber Meter zugunsten der Anbrater Tom X nach 25 Sekunden. Die Anbrater Tom X nach 25 Sekunden vorbei. Und da haben sich die Tachtel-Rangers wieder einen halben Meter zurückgeholt. Eine Kraft ist für diesen Bewerb notwendig. Ziehen! Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, aus! 20 Sekunden vor Augen, das ist vorbei. Das war jetzt ein klassischer Po-Rutscher, den wir hier beim Seilziehen gesehen haben. So, die Herren an Zeil bitte, aufhören mit Kuscheln! Ja, bitte! Seil auf! Mein Kommando wird laut sein. Auf die Plätze, fertig, zieht. Mein Kommando gilt. Auf die Plätze, fertig, zieht! Und da wird sich wer, mit Händen und Füssen, gegen den vielfachen Seltzie-Champion in der Hauseinie. 10 Millimeter wird ihr verschenkt. Bereits 25 Sekunden vorbei. Bereits 40 Sekunden vorbei. Und da wird mit allem gekämpft, was es nur gibt. Nach 48 Sekunden gewinnen die Weißwurst ist. Aber ich glaube, das war keine leichte Partie für Sie. Die Weltzeit, fertig, zieht! Sieht! 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 Die Tafelsteine? Wir werden die Pink-To-Matik dann auch lange genug in voller Action erleben. Wir machen jetzt jetzt länger 5 Minuten Pause. Ist ja schon ausgemusst? Nein, es ist ja wichtig. Geht es gleich weiter, damit der nächste Runde es passt. Komm, gib ein Interview. Der ist schüchtern. Der ist schüchtern? Ihr unter so viel Staaten, Männern und Frauen bist du schüchtern? Moine. Wir haben uns bei uns begrüßen, Gemeinderat Franz Krasl. Hallo Franz, wie geht's dir? Sehr gut, danke. Du hast auch schon Getränke. Aber vielleicht, wenn Sie ihn fragen, schenkt er es ja her. So, Seil auf. Mit diesem spannenden Stellungsweg. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, aus. Fertig, zieh. Und hier eine Verletzung am Seiler. 40 Sekunden vorbei. Und zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, aus. Die Marius, weiß mehr, der sieben, sechs, fünf, vier, zwei, eins, aus. Die Marius, weiß mehr, der sieben, sechs, fünf, vier, drei, eins, aus. Aber so sind wir nicht so schön. Kippträger, die hinkommen, die kommen in gratis. Danke, Andi. Bon Fischgenuss. So, Frage ans Publikum. Warum fährst du beim Club einer Sita in der Seeschlauch, kannst du auch baden gehen? Na, so ist es dann gerade ein bisschen dunkel. Na gut, so, Burschen, gehen wir es an. Seid ihr bereit, Daumen unter den Tisch. Mein Kommando wird lauten. Auf die Plätze, fertig, trink. Mein Kommando gilt. Auf die Plätze, fertig, trink. Marius und Martin, was wollen wir denn? So ein schönes Tisch, sauber ist, und nicht so wie du am Vorgang an den Behörden getrenzt. So, was schmeckt einem Steirer aus Fischbach? Hier natürlich. So, geht schon. Bereit. Mein Kommando wird lauten. Auf die Plätze, fertig, trink. Mein Kommando gilt. Auf die Plätze, fertig, trink. Daumen unter den Tisch, das Glas darf nicht berührt werden. So, gehen wir es an. Mein Kommando wird lauten. Auf die Plätze, fertig, trink. Mein Kommando gilt. Auf die Plätze, fertig, trink. So, muss ich jetzt gegen eine Frau trinken? Ja, aber du trinkst jetzt gegen eine Dame. Ich habe sie durchgeprangen. Komm, Rale. Danke, danke. Ich werde siegen. Wer soll's jetzt? Ich werde siegen. Ich habe ihn mit allen. Das ist von dir. Das ist so, hier, das ist doch. Einwertung hat sie verloren. Wiederholt. Wie da war mein Geist? Steirwandspitz. Das hat aber immerhin nicht mehr gekriegt. Das ist ziemlich interessiert. Ich mag Steirwandspitz. Weiß, wunderbar, schnell. Weiß, vollste. So, was da kommt. Bleib. Was sind wir? Reset ist gut. Mein Kommando wird lauten. Ja bitte, jetzt bitte unter. Die Leute wollen alle was sehen. Mein Kommando wird lauten. Auf die Plätze, fertig, dringend. Mein Kommando ging. Auf die Plätze, fertig, dringend. Jetzt kommt es mal weg. Jetzt kommt es mal weg. Jetzt kommt es mal weg. Ich muss nicht, das ist schon schwanger. Jetzt kommt es mal weg. So bitte. Wenn ich die Plätze fertig trinkt. Auf, 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 auf. Wie man zum Bewerb antreten muss. Ja, was bietet sich da eher an als ein Trinken Bernhard Ebner, Ehrenpräsident gegen unseren Präsidenten Bürgermeister Andreas Abesser an, ein präsidiales Wett trinken. Meine Damen und Herren, Sie wissen jetzt, wie Sparpakete ausverhandelt werden. Wer schneller ist, kriegt das Budget. Ja, es darf nicht berührt werden. Mein Kommando wird lauten. Auf die Plätze, fertig, dringend. Mein Kommando gilt. Auf die Plätze, fertig, dringend. Geht ihr gearbeitet, Andy? Hadi, Adi. Geht ihr gearbeitet? Ja. Geht ihr gearbeitet? Ja. Jawohl. Wer gut. Sehr gut. So, zwei Minuten Strafsekunden. Elf Sekunden 49, 59 und sechs Sekunden 93. So, ich bitte nun die Katja von den Weißwurstis Damen 1 und die Doris von den Red Powered Devil Princes 2. Keine Angst, wenn du das Bier ausgedruckt hast, dann warten wir. Wenn eine Hinterglasmalerei schön gelungen wäre, heute freuen sich die Damen drüber, wenn sie unter 8 Sekunden ein Bier saufen. Ja, da gibt es leider Strafsekunden. Aber eine super Zeit, unter 6 Sekunden sind die Trinkzeit. Meine Damen, Daumen unter Tisch, aufpassen, Frühstart. Mein Kommando wird lauten, auf die Plätze, fertig, trink. Mein Kommando geht, auf die Plätze, fertig, trink. Los, 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 los! Jawohl, Susi! Schönen Sie für den Fehlverbau, Claudia und Sekunden 34 für unsere Susi. Einfach Teller nehmen und nehmen von den Lachsen, was du möchtest. Ja, da ist ein paar Profis am Werk. Darf ich? Möchtest du mich? Genau. Wie bist du clash? Das 1950iotus? Du bist im Nachbarn, deine Welt ins Одin. Vielen Dank.